Hallo, hier ist wieder eure Gartenfemaia. Wir befinden uns hier in meinem Garten und ich dachte, ich zeige euch mal meine Weinreben bzw. einige meiner Weinreben. Da wir uns hier im Pfälzer Wald befinden und ich nicht beim Weinbau arbeite und ich hier dennoch einige Weinpflanzen habe bzw. Weinreben, bzw. bin ich der Meinung, sie sollten eher Traubenpflanzen heißen, da man die Trauben auch essen kann, ohne daraus Wein zu machen. Aber darum geht es ja eigentlich in dem Sinne gar nicht. Bei Weinreben handelt es sich um durchaus schnellwüchsige, sommergrüne Kletter- bzw. Schlingpflanzen, welche auf jeden Fall ein Gerüst benötigen, um zu wachsen. Ich verwende hier einfach meinen Geländer bzw. meinen Zaun, hier Richtung Keller gehend, an welchen sich die Weinrebe durchaus auch fest geschlungen hat mit ihren kleinen, naja, fast schon Greifärmchen. Und sie hat sich hier auf jeden Fall fixiert. Es gibt im Grunde genommen vier Weinrebenarten, die man hier im mitteleuropäischen Raum anpflanzen kann, welche eben auch winterhart bzw. beständig sind. Generell wird Wein noch viel zu häufig angepflanzt, finde ich, da Weinreben dieses besonders optisch schöne und auch ansprechende Laub haben, wenn es Richtung Herbst und Winter zugeht. Also wenn ihr einen optischen Blickfang haben wollt in euren Gärten, welcher auch noch im Herbst und im Winter schön aussieht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall den Weinreben bedienen. Da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Arten bzw. unterschiedliche Sorten mit grünen Weinreben bzw. grünen Trauben, blauen Trauben, die dann eben auch unterschiedlich im Geschmack sind und auch für Unterschiedliches verwendet werden. Wie eben verschiedene Weine, wobei ich mich da nicht so auskenne. Man kann die Trauben ja generell einfach so essen. Aber unterschiedliche Trauben bzw. Weinarten können dann eben auch für unterschiedliche oder zum Teil auch gemischte Marmeladensorten verwendet werden. Also sie bieten nicht nur optisch einen schönen, ansprechenden Blick und sie können nicht nur euer Geländer dekorieren, sondern wenn ihr gerne Marmeladen macht oder mal euren eigenen Wein herstellen möchtet oder generell einfach gerne Obst esst, dann können solche Weinreben für den eigenen Garten natürlich auch ideal sein. Man kann hier auch sehen, dass die Reben zum Teil hier schon durchaus Fruchtansätze haben, aus welchen dann später einmal Trauben hervorspringen werden. Genau. Die Weinreben wurzeln durchaus sehr tief, also in einer sehr tiefen Tiefe, was bedeutet, dass sie eben auch durchaus robust sind, denn je tiefer die Wurzeln gehen und je stärker sie sich ausbreiten, desto robuster ist eine Pflanze natürlich auch auf jeden Fall. Man kann hier aber sehen, wie sie sich auf jeden Fall gut verbreitet. Und der Vorteil von Weinreben oder wie es auch bei vielen anderen Pflanzen ist, dass man sie auf jeden Fall auch kombinieren kann, was wir uns auch gleich einmal genauer ansehen werden mit einer Veredelung mit Wachs, wodurch wir dann die Wurzel oder die robuste Knolle einer Pflanze haben, in Kombination mit einer anderen Weinrebe. Aber das Ganze werde ich euch auch gleich jetzt noch einmal zeigen. Die Wurzeln solcher Reben können übrigens etwa eine Tiefe von bis zu 10 Meter erreichen, also sie wurzeln, wie bereits erwähnt, dann eben sehr tief. Man kann hier jetzt aber auch nochmal sehen, was ich meinte, und zwar das Aufpropfen der Pflanzen, was bedeutet, dass hier eben die eine Weinsorte mit der anderen verbunden wird, damit man eben aus beiden Pflanzen sozusagen das Beste herausholen kann. Und man kann hier auch sehen, dass das Ganze hier echt gut funktioniert hat, da man eben die Weinpflanze hat, die sich hier auch über das ganze Geländer hinweg verbreitet hat. Ich lasse meine Weinrebe bzw. meine Weinreben hier einfach so wachsen, aber sie lassen sich natürlich auch beschneiden, wie beispielsweise auch die Tomatenpflanzen, wodurch dann ein durchaus höherer Ertrag erzielt werden kann, wenn es eben um die Ernte dieser Pflanzen geht. Falls euch das genauer interessiert, gibt es eben verschiedene Vitis-Arten, also verschiedene Rebenarten, wie beispielsweise die Amorensis, die Coignetiae oder so, Labrusca, Riparia oder auch die Vinifera. Und diese unterscheiden sich eben auch in der Farbe ihres Herbstlaubes, in dem Geschmack ihrer Früchte. Zum Teil sind es auch welche, die keine essbaren Früchte tragen. Aber falls ihr euch da für bestimmte Weinreben und Sorten interessiert, oder falls ihr da genaueres wissen möchtet, kann ich euch dazu natürlich auch nochmal ein externes Video drehen, wobei das jetzt hier aber in diesem Video den Rahmen sprengen würde. Ich habe hier zwei recht invasive Schlingen bzw. Kletterpflanzen, und zwar eben einerseits die Weinrebe, die man hier sehen kann, bzw. den Wein und hier meinen Blauregen. Und die verbreiten sich hier recht gut über den Garten hinweg, wobei der Blauregen doch durchaus etwas invasiver erscheint als die Weinrebe, weswegen die eher mal zurückgeschnitten werden muss. Aber ich habe mich für diese Pflanzen hier entschieden, um meine Pergola zu begrünen, die man eben auch hier sehen kann, was dann nach und nach, vor allem jetzt Richtung Sommer hin, der Fall sein wird. Aber so kann man auf jeden Fall mit solchen Pflanzen seinen Garten relativ gut begrünen, beispielsweise eben sein Geländer oder auch die Wände, bis hin zu solchen Holzkonstruktionen, wie ich auch einen hier habe. Das war es dann jetzt mit diesem Video bzw. der Vorstellung meiner Weinreben hier. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat und mir in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht ebenfalls Weinreben habt und falls ja, ob diese bei euch Früchte tragen. Abseits dessen, habe ich schon gesagt, abonnieren. Ich glaube schon. Falls nicht, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und abseits des Ganzen hoffe ich, dass wir uns dann bald in einem anderen Video wiedersehen, hier auf diesem Kanal. Wenn ich euch weitere Pflanzen vorstelle oder über andere Garten- bzw. aquaristikbezogene Themen mit euch spreche. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns da dann wiedersehen. Eure Gartenphil Maja. Bis bald!